Sebastian Reinhardt ist ein deutscher Fußballspieler. Karriere Seine Laufbahn startete der Mittelfeldspieler beim saarländischen FC Gronig, bevor er bereits 1996 in der E-Jugend zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. Die Saison 2005-06 begann er zunächst in der Regionalliga-Mannschaft. In der Winterpause absolvierte er mit den Profis das Trainingslager und kam am 29. Januar 2006 zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz beim Heimspiel gegen Schalke 04. Am 3. Mai 2006 erzielte er im Spiel gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Bundesliga-Tor. Zur Saison 2019 wechselte er zum Zweitliga-Absteiger SV Wien-Wiesbaden. Am 4. Dezember 2010 schloss er sich Sportfreunde Lotte an, nachdem er seit dem 1. Juli 2010 vereinslos war. Nach dem verpassten Aufstieg war er ohne Verein. Er absolvierte zunächst ein Probetraining beim FSV Frankfurt, es kam aber zu keinem Vertragsabschluss. Später schloss er sich dem Training des FK Pirmasens an. Als das Angebot kam, beim Südwest-Oberligisten zu spielen, sagte er im September 2011 zu. Mit dem FKP stieg er 2014 in die Regionalliga Südwest auf. Statistik stand.